Hey Leute, was geht ab? Heute schauen wir uns mal zusammen die Minifiguren zu dem neuen Lego Ninjago Movie an. Ich habe hier ein komplettes Display mit 60 Blindbags und ich würde sagen, heute öffnen wir mal 20 davon und vielleicht bekommen wir die 20 verschiedenen Figuren dann schon raus. Und ich habe mal wieder richtig Bock ein komplettes Display zu öffnen. Wenn ihr auch Lust habt, dass ich die anderen Tüten noch öffne, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder lasst einfach einen Daumen nach oben da, dann sehe ich, ja, ihr wollt noch mehr sehen. Und jetzt schauen wir hier mal rein. Und so sieht das jetzt geöffnet aus. Eine Blindbag sieht so aus. Die kostet normalerweise 3,99 Euro. Ist eine Blindbag, wie gesagt, also man kann zwar erfüllen, welche Figur möglicherweise drin ist, aber ihr habt ja gesehen, das Display war neu und noch original verpackt, deswegen konnte ich jetzt nicht erfüllen, was da drin ist, aber normalerweise müssten wir hier eine komplette Serie mindestens rausbekommen. Und ich würde sagen, wir greifen uns jetzt einfach mal 20 Tüten und hoffen mal das Beste. Okay, ich habe mir jetzt mal 20 Tüten rausgenommen und ich hoffe, dass wir hier so viele verschiedene Figuren wie möglich rausbekommen werden. Und wir starten jetzt auch mal mit dem ersten Tütchen. Wie gesagt, ein Blindbag sieht so aus. Die Serie hat die Nummer 71019, Altersempfehlung 5 Jahre Plus und es gibt 20 verschiedene zum Sammeln. So sieht die von hinten aus und wir schauen jetzt mal rein, welche wir als erste hier rausbekommen werden. So, aber bevor wir da reinschauen, schauen wir uns erstmal den Beipackzettel an. Der liegt ja auch jeder Tüte bei. Okay, der sieht so aus und da sind nochmal alle Figuren abgebildet. Und es sind schon einige coole Figuren dabei. Zum Beispiel hier die Nummer 7, Lloyd Garmadon mit seinem Hoodie, finde ich ziemlich cool. Und auch die verschiedenen Versionen von Garmadon, finde ich cool. Also da sind schon einige nette Figuren dabei. Auch hier der Sushi-Koch, richtig cool. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, welche Figur euch am besten gefällt. Und wir schauen mal, wen wir jetzt als erstes hier drin haben. Und jawohl, gleich mal Lloyd Garmadon. So, und hier haben wir dann mal den Lloyd Garmadon. Der hat als Zubehör diese Suppenschüssel, die ist natürlich bedruckt. Und man erkennt da einen Drachen drauf. Das könnte vielleicht der Mechtdrache von ihm sein. Zudem hat er dann noch einen Löffel. So, und hier sehen wir Lloyds Bedruckung jetzt mal ein bisschen genauer. Er hat sein grünes Hoodie an. Den kennt man ja schon aus anderen Sets. Wir kennen auch, wie hier der Hoodie so ein bisschen über den Gürtel drüber geht. Und die Hose ist bedruckt mit ein paar Taschen. Dann hat er nur dieses eine Gesicht mit den grünen Augen. Von den Seiten ist er auch noch ein bisschen bedruckt. Überhalb der Hände. Auf dem Rücken ist er dafür nicht bedruckt. Aber das Highlight finde ich hier an der Figur auf jeden Fall die Mütze. Also die Kapuze, besser gesagt, von dem Hoodie. Das ist nämlich komplett ein Teil. Die Kapuze können wir mal kurz abnehmen. Also ihr seht hier die Kapuze und die Haare. Das ist dann ein Teil. Das sieht so aus. Und das macht halt die Figur so ein bisschen einzigartig. Das finde ich halt ziemlich cool. Und es sieht halt so normal aus, wie Lloyd halt in die Schule geht oder in die Universität. Okay, weiter geht es dann mit Tüte Nummer 2. Und wir haben einen von der Shark Army. Die nächste Figur nennt sich dann Angler. Die gehört zu den Haimonstern oder auf Englisch zu der Shark Army. Dieser hier ist ausgerüstet mit so einem Morgenstern oder mit so einem Streitkolben. Der ist auf diesen Fisch gesteckt. Und bei der Figur ist natürlich das Kopfteil das Highlight. Okay, das ist, ich weiß nicht genau wie der Fisch heißt. Ich glaube Laternenfisch oder sowas. Der ist ja tief unten im Meer, wo es halt dunkel ist. Und durch seine Laterne vorne lockt er dann andere Fische an und dann zack frisst er sie. Von hinten haben wir dann noch eine, ja so eine Taucherflasche oder eine Luftflasche oder sowas. Das Zubehör werde ich jetzt mal abnehmen. Dann können wir uns die Bedrohung noch genauer anschauen. Und wie ihr hier sehen könnt, unter der Maske befindet sich kein Mann, sondern eine Frau. Sie hat auch eine große Narbe hier im Gesicht. Aber eine schöne Gesichtsbedruckung. Und auch eine tolle Torso- und Beinbedruckung. Von den Seiten ist er nicht bedruckt. Und von hinten ist er ebenfalls nicht bedruckt. Das ist aber okay, weil da sowieso ja die Sauerstoffflasche drauf ist. Das passt schon. Und falls einer von euch weiß, wie der Fisch heißt mit der Laterne, ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Gut, weiter geht es dann mit Tüte Nummer 3. Und hier haben wir dann mal den Sane. Die Figur sieht auch richtig cool aus. Hier mag ich das Oberteil, also die Torso-Bedruckung mit dem hellblauen Hemd. Und dann der dunkelblaue Polunder mit der 8-Bit-Optik von... Das könnten vielleicht Tintenfische sein oder so. Das sieht richtig cool aus. Zudem auch noch eine passende Hose, also das passt. Und die Füße sind auch noch bedruckt. Von den Seiten sieht man eben nochmal das lange hellblaue Hemd. Und von hinten hat er noch einen Rucksack mit einer roten Matte dabei. Und hier sehen wir jetzt mal die Gesichtsbedruckung ein bisschen genauer. Mit den geraden Augenbrauen und dem großen Grinsen. Sieht etwas komisch aus, aber naja, zumindest ist er fröhlich. Und eben nochmal das Haarteil. Und von hier hinten sehen wir, dass der Hinterkopf sogar noch bedruckt ist. Also, ja, doch auch eine ziemlich coole Figur. Okay, weiter geht es dann mit Tüte Nummer 4. Und hier haben wir jetzt den Cole, der hat das Zubehör hier, diesen Ghetto Blaster. Der sieht auch ziemlich cool aus. Aber auch die Minifibur sieht super aus. Mit einer tollen Gesichtsbedruckung, etwas wütend und dem wuscheligen Haar. Dann einem bedruckten Torso. Hier ist jetzt auch wieder die Frage, was steht da drauf? Ich habe jetzt mal bei Brickset nachgeschaut. Da ist die Übersetzung leider noch nicht da. Oder, ja, es wurde noch nicht übersetzt. Falls es wieder einer von euch weiß, bitte ab damit in die Kommentare. Jetzt schauen wir uns die Figur noch von hinten an. Da hat sie auch noch eine ziemlich coole Rückenbedruckung. Also, die Figur ist schon richtig cool. So, weiter geht es dann mit Tüte Nummer 5. Und ich muss sagen, bis jetzt läuft es ganz gut. Noch kein Doppeltes. Ich hoffe mal, also von mir aus kann es auf jeden Fall so weitergehen. Schauen wir mal. Und hier haben wir Garmadon. Cool. Und hier haben wir jetzt den Garmadon. Ausgerüstet ist er mit so einer Art Axt. Dann hat er eine ziemlich coole Torso-Bedruckung. Und auch das Gesicht sieht super aus. Von den Seiten ist er nicht bedruckt. Aber von hinten werden wir sehen, da sieht man nochmal seinen blauen Gürtel. Und auf dem Kopf hat er einen schwarzen Hut. Gut, 5 Tüten aufgemacht. 5 verschiedene Figuren rausbekommen. Schauen wir mal, was hier in Tüte Nummer 6 drin ist. So, und diese Figur ist tatsächlich eine Böse. Ich dachte zuerst, das wäre eine gute, weil die schaut eigentlich ziemlich freundlich. Oder ja, etwas fragend vielleicht oder so. Aber auf jeden Fall ist das die Anführerin der Shark Army. Und die Figur ist mal richtig gut bedruckt auf Torso und Beine. Das sieht richtig toll aus. Zudem hat sie hier noch so ein Getränk in der Hand. Und auf dem Rücken eben noch den Umhang, oder ja, das Gewand, das auch richtig cool aussieht. Ihr habt es ja beim Aufbau gesehen, das besteht aus zwei Teilen. Auf dem Rücken ist er nicht bedruckt, deswegen werde ich das auch nicht abnehmen. Und hier sehen wir die Figur nochmal von vorne. Also die sieht wirklich cool aus. Okay, weiter geht es dann mit Tüte Nummer 7. Bis jetzt 6 Tüten aufgemacht, 6 verschiedene Figuren. Ich hoffe mal, dass es so weiter geht. Aber bis jetzt läuft es ja ganz gut. Hier haben wir jetzt aber leider die erste Doppelte. Hier haben wir nochmal Garmadon. Den werde ich jetzt nicht aufbauen. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Okay, schade. Das war also die erste Doppelte. Aber das bleibt natürlich nicht aus. Und hier haben wir jetzt Vulkan Garmadon. Er heißt so natürlich wegen seinem Outfit hier. Ich denke mal, das wird sein Schlafanzug sein. Er ist ausgerüstet oder er hat als Zubehör hier diese Schüssel. Ähnlich wie Lloyd Garmadon. Nur diese Schüssel ist anders bedruckt. Aber vom Guss her ist sie gleich. Auch der Löffel ist gleich. Aber hier finde ich auf jeden Fall die Bedruckung ziemlich cool. Mit den ganzen Vulkanen und den Wolken. Und die Figur ist sogar auf den Seiten hier, auf den Armen bedruckt. Von hinten ist sie nicht bedruckt. Aber hier sieht man eben nochmal seinen Helm von hinten. Und die Figur hat auch eine andere Gesichtsbedruckung wie der Garmadon, den wir vorhin gesehen haben. Hier hat er ein fieses Lachen. Gut, dann geht es weiter mit Tütchen Nummer 9. Und hier haben wir jetzt auch wieder eine Figur von der Hai-Armee. Also von der Shark-Armee, von den Hai-Monstern. Diese Figur hört auf den Namen der Weiße Hai. Warum die Figur jetzt genau so heißt, weiß ich nicht genau. Weil außer den Augen und den Zähnen hat er eigentlich nichts Weißes an sich. Aber die Figur sieht ja richtig cool aus. Er hat so eine Art Flammenwerfer, also so einen Fisch mit einer Flamme vorne dran. Und wir erkennen auch schon hier zum Beispiel an der Seite an den Armen und auch oben am Kopf lauter Verbrennungen. Auch hier unten an den Beinen sieht man so Verbrennungen oder angekokelte Stellen. Und allgemein ist die Figur auch wieder richtig gut bedruckt worden. Sie hat ein tolles Kopfteil. Da erkennt man eben den Hai hier aber komplett eben in schwarz. Und von hinten sieht man auch die Sauerstofftanks oder die Tauchflaschen oder was das andeuten soll. Jetzt werde ich mal kurz die Ausrüstung abnehmen. Und dann sieht die Figur so aus. Das Kopfteil ist übrigens ein Teil. Das sieht so aus. Also da ist das untere Teil hier noch mit dran. Das ist natürlich alles bedruckt. Und hier sehen wir jetzt die Bedruckung von der Minifigur ein bisschen genauer. Also die Torsobedruckung sieht richtig gut aus. Und man erkennt, dass er sogar einen Anzug an hat. Und die Gesichtsbedruckung ist auch richtig cool. Von hinten ist die Figur nicht bedruckt. Deswegen habe ich die Tanks mal drauf gelassen. Und die Figur, ja, wie gesagt, sieht richtig cool aus. Gut, und dann kommen wir jetzt zur Halbzeit. Tütchen Nummer 10. Und wir haben hier erst eine doppelte Figur. Also ich muss sagen, es läuft echt gut. Und hier haben wir die Nia. Und zwar in ihrem Spinjitzu Trainingsoutfit. Sie ist ausgerüstet mit zwei braunen Katanas. Das könnten vielleicht, ja, Katanas aus Holz sein. Und die Nia hat hier ihren Spinjitzu Trainingsanzug an. In weiß mit einem schwarzen Gürtel und goldenen Akzenten. Einen entschlossenen Gesichtsausdruck und ein tolles Haarteil. Und von hinten sieht man auch nochmal die Rückenbedruckung. Also das ist auch eine richtig schöne Figur. Okay, weiter geht's dann mit Tüte Nummer 11. Und wir haben wieder eine neue Figur. Und hier haben wir jetzt den Jay mit richtig coolem Zubehör. Er hat einmal den orangenen Schal. Der wurde zwischen Kopf und Torso gesteckt. Und ziemlich cool finde ich auf jeden Fall auch den Selfie-Stick mit dem Smartphone hier vorne. Das ist ein bedrucktes Teil und da sieht man eben nochmal den Jay. Und hier sehen wir die Figur jetzt nochmal ohne Zubehör. Also ohne den Schal und ohne den Selfie-Stick. Und auch die Figur hat eine tolle Torso-Bedruckung. Auf den Beinen sieht man auch die Hosentasche angedeutet. Und zudem hat er eine tolle Gesichtsbedruckung. Da schaut er irgendwie etwas skeptisch rein. Und hier können wir uns jetzt nochmal die Haare anschauen. Von hinten ist die Figur nicht bedruckt. Ebenso von den Seiten nicht. Aber das Zubehör, wie gesagt, finde ich ziemlich cool. Okay, ich muss sagen, es läuft richtig super. Wir kommen jetzt schon zur Tüte Nummer 12. Und wir haben erst ein doppeltes. Also einmal Garmadon haben wir zweimal. Mal schauen, wie es weitergeht. Und wieder eine neue. Voll cool. Und hier haben wir jetzt den Rockmusiker mit Gong und Gitarre. Die Gitarre erkenne ich. Das ist hier die rote E-Gitarre. Die sieht richtig cool aus. Aber die Frage ist jetzt, was ist der Gong? Wer mir das beantworten kann, kann es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Schauen wir uns jetzt mal die Figur an. Die sieht auch richtig gut aus. Mit zweifach modellierten Beinen. Richtig aufwendig bedruckt worden. Auch hier auf dem Torso. Dann sehen wir hier von der Seite ein Drachentattoo auf dem Oberarm. Dann ein tolles Haarteil. Also ziemlich lange Haare. Auf dem Rücken ist die Figur nicht bedruckt. Aber die Figur ist die erste Figur, die ein zweites Gesicht hat. Wir haben ja einmal dieses hier. Da ist er total am Abrocken. Und das zweite Gesicht sieht so aus. Da schaut er eher neutraler drein. Okay, dann kommen wir jetzt schon zur Tüte Nummer 13. Und hier haben wir jetzt Kendo Kai. Der ist ausgerüstet mit zwei braunen Stöcken. Dann hat er seine Kendo-Ausrüstung an. Also ein ziemlich cooles Kopfteil. Und so ein Schutz für den Oberkörper. Ich zeige euch die Figur mal kurz von allen Seiten. Und dann werden wir die Ausrüstung mal abnehmen. Und ohne seine Ausrüstung sieht man jetzt hier mal die Torso-Bedruckung und die Gesichtsbedruckung. Von den Seiten ist die Figur nicht bedruckt. Aber von hinten sieht man jetzt noch die Rückenbedruckung. Und zudem war noch ein zusätzliches Haarteil dabei. Und das sieht dann so aus. Aber ich finde mit der Kendo-Ausrüstung sieht die Figur irgendwie cooler aus. Gut, weiter geht es dann mit Tüte Nummer 14. Und hier haben wir die nächste doppelte Figur. Die werde ich jetzt nicht aufbauen. Die haben wir ja vorhin schon gesehen. Gut, weiter geht es dann mit Tüte Nummer 15. Und hier haben wir die nächste Minifigur von den Hai-Monstern von der Shark-Army. Der ist ausgerüstet einmal hier in der einen Hand mit einem Fisch. Und in der anderen Hand hat er einen Stud-Shooter. Wie die funktionieren, das wissen ja die meisten schon. Man drückt einfach hier hinten drauf und dann fliegt vorne der Stud los. Und warum die Figur Tintenfischer heißt, das erkennt man ja an dem Kopfteil. Es sieht ziemlich cool aus. Hier auf dem Rücken hat die Figur auch wieder so eine Sauerstoffflasche. Und das Kopfteil werden wir jetzt mal abnehmen. Das ist wieder komplett ein Teil. Und das sieht dann so aus. Das ist auch ein bisschen aus Gummi. Also das ist ein bisschen biegsam. Und so sieht die Figur darunter aus. Also eine tolle Gesichtsbedruckung mit einer großen Narbe über dem Gesicht. Dann wieder eine tolle Torse- und Beinbedruckung. Und man erkennt hier ebenfalls nochmal diese Apparatur mit der Flasche. Auf dem Rücken. Das ist wieder so ein Teil, das wurde zwischen Kopf und Torso gesteckt. Okay, wir haben jetzt noch fünf Tüten. Und uns fehlen nur noch sieben Figuren. Also voll cool, wie das heute läuft. Aber da sehen wir schon, das Teil kennen wir schon. Das wird wieder ein Doppelte sein. Genau, den haben wir ja vorhin schon gesehen. Den haben wir jetzt schon zweimal doppelt. Gut, wir haben noch vier Tüten und es fehlen immer noch sieben Figuren. Mal schauen, wen wir hier drin haben. Ja, eine neue. Perfekt. Und hier haben wir jetzt einen N-Pub-Girl. Sie hat als Zubehör diesen rosa Teddybär. Die Figur ist richtig aufwendig bedruckt worden mit verschiedenen Farben und Mustern. Das sind jetzt nicht unbedingt meine Farben, also mir ist das alles ein bisschen zu bunt. Aber es sieht schon richtig cool aus. Und wie gesagt, es ist richtig aufwendig gemacht worden. Hier sieht man jetzt nochmal die Rückenbedruckung und auch das Haarteil in den verschiedenen Farben mit den unterschiedlichen Haargummis. Das sieht schon ziemlich cool aus. Und die Figur hat sogar noch bedruckte Füße. Gut, drei Tüten haben wir noch. Sechs Figuren fehlen. Mal schauen, wen wir hier drin haben. Und hier haben wir sie gleich schon wieder. Die haben wir ja gerade schon gesehen. Gut, vorletztes Tütchen. Sechs Figuren fehlen immer noch. Mal schauen, ob wir hier noch eine fehlen, der rausbekommen werden. Jawoll. Und hier haben wir Lloyd jetzt in seinem Ninja Outfit. Er hat ein silbernes Schwert und eben ja sein Outfit an mit der zweiteiligen Maske. Die werde ich mal kurz abnehmen. Dann sieht man hier mal die Gesichtsbedruckung von Lloyd. Zudem habt ihr ja gesehen, es war noch ein Haarteil dabei. Das sieht so aus. Und jetzt können wir uns die Figur auch nochmal von allen Seiten anschauen. Von hier hinten sieht man auch nochmal die Rückenbedruckung. Und von den Seiten ist auch noch ein bisschen bedruckt. Und zudem gab es dann noch dieses bedruckte Teil. Das ist der Bauplan von Lloyds Drache. Gut, das letzte Tütchen für heute. Wir haben insgesamt schon 15 verschiedene Figuren gesehen. Fünf fehlen noch. Mal schauen, ob hier noch eine fehlende drin ist. Ne, leider nicht. Den Lloyd Garmadon haben wir ja gerade schon gesehen. Trotz alledem war das heute ein recht erfolgreiches Unboxing. Gut, hier seht ihr jetzt nochmal die 15 verschiedenen Figuren, die wir jetzt aus den 20 Blindbags rausbekommen haben. Wie gesagt, das war ein sehr erfolgreiches Unboxing. Wir haben viele verschiedene Figuren gesehen. Ich habe jetzt noch 40 Tüten hier rumliegen. Wenn ihr mögt, dass ich dazu auch noch ein Video mache. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Oder schreibt mir das mal in die Kommentare, dass ich da weitere von öffnen soll. Und schreibt mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, welche der 20 Figuren euch am besten gefällt. Ist eure Lieblingsfigur vielleicht schon unter diesen 15 hier dabei? Oder ist sie noch unter den 5 fehlenden? Sobald ich alle 20 Figuren zusammen habe, werde ich auch mal eine Top 3 oder eine Top 5 meiner Lieblingsfiguren dann vorstellen. Weil hier sind schon ziemlich coole Figuren dabei. Okay, das war es dann mal für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.